Was wissen wir bisher, Jongi? Keine Geldbörse, keine Handtasche, kein Schmuck, keine Kampfspuren und auch keine Zeugen. Hat er sie gefunden? Ja. Was hat er denn? Madame Neel hat ihm vielleicht etwas bedeutet. Oder vielleicht spielt er uns was vor. Wir sind von der Bordkommission. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir heute Morgen im Wald eine weibliche Leiche gefunden. Ihr Name ist Jane Neel. Sie haben viel zu tun, hören Sie auf sich zu sagen. Wer wollte Sie töten? Jane war vom alten Schlag. Sie hatte Autorität. Ihr Sohn sagt, Sie hätten es getan. Es ist wahr. Ich war's. Wir haben Beweise gegen einen, der es nicht zugeben will. Und wir haben keine Beweise gegen Philips Vater, der das Verbrechen aber gestanden hat. Wo liegt das Problem? Weil er unschuldig ist. Durchsuchungsbeschluss. Was? Das können Sie nicht! Das war ich am ersten Schumertag. Oh, Jane. Jemand hat Tarpentine benutzt. Aber wieso? Um etwas wegzuwischen, irgendwas, das vorher da war. Du fehlst auf dem Bild. Warum bist du nicht auf dem Bild? Wie geht's auf dem Bildあり? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020